Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zurück zum nächsten Part von Clever Star Wars die Skywalker Saga. So für alle die es verpasst haben beim letzten Mal haben wir ja den M2 Multimittelkarte geholt in dem wir eben auf Musterfahrt dieses Teil geholt haben diese Datenkarte und dann gehts jetzt auch weiter hier am Todesstern sind wir aktuell mit Han und Luke und R2D2. Ich muss sagen der Falke sieht echt cool aus und wir sind jetzt einfach auf den Todesstern das finde ich extrem cool wow man kann das kaputt machen wow cool dann guck mal wie das hier draußen aussieht ok sieht einfach normal aus nach Weltall jetzt frage ich mich tatsächlich gerade mal eins kann man irgendwie hier auf den Falten drauf und ich denke nicht das ist hier unten ein Aufzug das passiert wirklich runterfallen ok dann kommt das direkt hoch interessant also ich finde das bis jetzt sehr cool vom Aussehen ja aua ja ok damit habe ich nicht gerechnet aber das ist ja das gute wir kriegen ja alles mal 2 aktuell was dann dementsprechend auch bedeutet dass wir schneller wieder Kohle kriegen Schuhe bleibt anscheinend da interessant ah ok hä was hast denn du jetzt was ist mit dir los Pupi Heda Bam Kenobi gehts dir gut wir müssen Heda genauer gesagt in den Unkeurer ok danke für die Info Kenobi ähm hey das ist doch der Maus der Rede vom letzten Mal geil Maus drehen ok vielleicht sollte ich nicht auf die ziehen ich würde mich jetzt mal ganz unauffällig verhalten ja ist doch auch wenn ich oder wenn man einfach mal irgendwelche random attacken macht ok ich nehme mal die Waffe in die Hand weil wir haben die meisten was ist mit dir los Kumpel was ist mit dir los Kumpel ich will mich im Kontrollraum melden aber die dumme Tür klemmt schon wieder wo sind die privaten Struiden die sind nicht da da kommt ein Maus-Truiden nur ups hä ok 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 ich fühlte sogar gerade einen Kampf gegen die Staaten aber ich glaube das ist keine gute Idee ok links links rechts unten links links rechts also ich habe rechts gesagt und tippe unten super ist meine Logik ups ok 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 ich bin da mal gespannt weil man es jetzt schon im Todesstern wir passen zwei Level im Todesstern oder das sind dort aber fünf levels gewesen mehr als das Anwaltlevel und damit den feiten der Partie Ich nehme jetzt mal den Luke Skywalker, das ist nämlich kein Mond. Achso, ich muss den Schalter drücken. Kann ich den nicht anschießen? Okay, es ist aber auch... Uah! Ich sollte mal auffallen mit den Bomben. Hä? So. Ah, jetzt geht's. Das ist ja gar nicht so schwer, wenn man nicht zu lost wäre. Dann sollte der eine Tür von dem anderen Typ wieder gehen, oder? Guck mal, du komischer... Äh... Sturmtruppler. Wir sind hier die Wartelsdruiden, wie du siehst. Die sind übrigens nicht die Druiden, die ihr sucht, nur zur Info. Oder das ist nicht der Druide, den ihr sucht. Ich muss sagen, das sieht so cool aus hier drin. Oh Mann, das ist schon wieder kein... Ist das jetzt nur jetzt gerade kein Zugang? Weil ich meine, das sieht man ja auf der Karte, dass da rein geht. Ist hier noch jemand anders? Vertrieben. Ups. Was? Unlogisch, wo? 10? Sie ist ja anders unlogisch. Wie sollt ihr die Explosion überlebt? Oh Gott, ich hätte vielleicht keinen Krieg starten sollen. Ups. Okay, Krieg beendet. Hab' jetzt den Krieg beendet? Also merkt euch, ich halb Krieg hier anfangen. Das war halt nur Glück, dass ihr nicht so viele waren. Level? Ja, ein betwörender Plan. Den macht das Level, machen wir direkt. Okay, mal wieder eine Katze. In so einer komischen Katze, die Musik spielt. Und Leia... Hier ist auf einmal Chewie. Okay. Okay. Die Macht oder so wird sein? Mit uns sein. Klar, und genau so, wo sind jetzt Prinzessinnen. Exekution? Exekution? Okay, wir sind jetzt hier. Okay, wir sind jetzt hier. Okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Ich darf die Turbolift anschalten. Hier sind die drei Knoten, aber nicht. Oh, oh, oh. So. Mit Laserpistolen schießen kann jeder. Oh. Nein! Ey, dieser blöde Hahn. Wobei es eigentlich keinen Sinn ergibt, dass er mir... Oh, 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 oh. das gibt es ok es ist einfach die leiter kaputt planate werfen planate werfen planate werfen da geht es ja nicht lang nach oben also auch nicht da ist nichts mehr nee ich sehe da nichts aus und ich bin dumm seht ihr doch was nicht so muss ich das nicht noch an das hat es jetzt gemacht das ist doch noch wir haben auf uns durch die schilder durch schießen so dann laufen wir wieder zurück und gucken wir mal ich finde es echt toll dass wir jetzt schon fast bei den jenzen die man muss halt dazu denken dass wir doppelt die kohle kriegen aber trotzdem krass und schaut mal an ich bin jetzt schon haben das ist ja so dass ich dort muss das müssen wir machen mit dem paulia dazu die turbolifter wieder einzuschalten ach so man musste ja das zerstört zum bauern okay oder gibt dann doch wieder Sinn und das wahrscheinlich dann dahinter um hochzuklettern ja verstehe auch gut nur noch mal ich jetzt nichts mehr auch kann ich doch spielen sind so ja alles gute kommen oben und ich hab den halb raun hier sind noch viele gegner und deshalb so schlau ist es die frage links 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 unten oben hat es jetzt nicht die dritte du schistende du 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 die so zufrieden die Bösewichte hier ist wieder Mauswürden nächstes Jahr Herr Schindertschule um ich gucke jetzt einfach mal um was so passiert hier aber auch nicht schließen durch gar nichts da ist also es sind die los ich habe in der tür neue das war hier das noch abschalten so ist es jetzt was für die die war doch noch was zu tun und dann machen wir das hier so was haben wir denn wir haben links links unten oben ich habe das eigentlich davor schon geschafft alles zählte ja nicht und jetzt wahrscheinlich schon geht er dann da oben irgendwas aufziehen ich habe doch sogar das viereck gerade dieses auslöwe hat irgendwie gesehen ah jetzt ok manchmal verstehe ich das noch nicht so ganz wie das jetzt genau funktionieren soll aber ok das ist ein guter ist geiler und das war vor Ort man muss das noch aufholen aber mal damit in einem noch besiegen auch hier also das Ding ist eigentlich leicht und die Bombe und die Bomben anbomben das gibt es immer das war der Weg von Anfang verstehen so dann laufen wir wieder zum Ziel ich habe gerade eine Bombe auf den Kopf geworfen das hat nicht passiert ich zerstöre jetzt mal alles alles zu sterben das heißt das was man sich kümmert das ist sogar richtig gut ach so ich ja ich vergesse immer wieder dass ich Bombe habe mit denen ich alles zu schneller zu stören kann so bauen wir mal das auf was gibt es soll es darf wieder sein und das sieht gut aus wow ja also das war jetzt wirklich so eine Art Ding ist okay gut zu wissen ja 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 das ist ja und dann sind ... ... ... ... ... ... das und das wir haben die Kiste und nehmen dann die neuen Waffen wir nehmen den Oberländer den Karabiner das sind die 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 Achso, ich habe ihn abgewegen, dann kann ich hier die Bombe draufwerfen. Das ist diesen 1. Das, das, das. Das, das. Das ist ein Möchneres, ich bin kein Schwierig. Ich hab' zu Last dafür, ich hab's jetzt nicht gecheckt, was die von mir wollen und wieso habe ich hier so viele Waffen. Aber sind das immer dieselben? Nein, die sind es nicht. Dieser Repetit-Club, was ist denn das? Sieht krass aus. 3-Dings-Proms, Viereck. Kostüm ist Kostüm ist Kostüm ist so klar war das auch noch mehr an was Ok, was muss ich jetzt machen, hä? Ich trinke jetzt einfach mal hier den Klopf. Ach so! Dreieck, das komische Ablesymbol und ein Vier-Eck, ok. Jetzt ergibt es auch Sinn, ich habe gedacht, echt nicht gecheckt, was die von mir wollen. Nein, ich habe nicht. Ich werde einfach zum anderen gehen. Ok, wir haben es geschafft. Danke, Leia. Oh, wenn ich es nicht verstanden habe, was du von mir hörst. Wo sind die Blastetsch wieder hin? Blastetsch? 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 Da muss der richtig stark sein. Nee, und jetzt sind... Komm bitte nochmal Gegner. Ich will kurz den Blaster-Test. Ich möchte jetzt mal kurz wissen, ob ich hier auch ihrer gegner finde. Das passiert aber nicht, wenn ich da runterjump' da bin ich wahrscheinlich tot, oder? Der theoretisch durfte ich sein nicht überleben. Oh, hier ist ein Minikit. Wow. Oh, okay, man stirbt. Ich wollte es nur kurz testen. Chewie, ich habe was für dich entdeckt. Okay, ich glaube, das Level ist hier zu Ende, aber egal. Oh, das Blaster sieht cool aus. Oh, ich glaube, ich werde jetzt gegen die Kämpfe. Oh, okay. Hallo. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Ihr findet jetzt oben links gerade noch das neueste Video auf meinem Kanal. Von YouTube ausgewählt. Links unten findet ihr die aktuelle Playlist zu Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Und rechts findet ihr noch meinen Kanal, wo ihr auch gerne kostenlos abonnieren könnt. Und bis dahin dann erstmals Servus.